Das Schwert ziehen. Wie ziehe ich das Schwert? In diesem Video siehst du die vier wichtigsten Varianten. Mein Name ist Christian Hausecker. Ich bin Skihan, der Takeda Rio Nakamura Ha. In diesem Video zeige ich dir die vier wichtigsten Varianten, wie du ein Schwert am schnellsten ziehen kannst. Wir starten hier in der Kiwon-Variante, in der Grundübungsvariante. Ich zeige es dir immer in vier Schritten. Erste Variante, Tate Nukizke. Wir stehen in der Ausgangsstellung. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Wie du siehst, ich zeige es gerne von der Seite, dass du es auch hier mit der Saja, die Arbeit der Saja gut siehst. Eins, die Saja geht zurück. Der rechte Fuß kommt nach vorn. Zwo, die Saja geht wieder zurück. Eins, zwei, drei und vier. Das unsere Technik so schnell wie möglich ist, brauchen wir Tate Nukizke bei allen geradlinigen Schnitten. Aber nun kommen wir schon zum zweiten, zu Suhe Nukizke, zum horizontalen Ziehen. Wieder zeige ich dir es in vier Schritten. Eins, zwei, drei und vier. Ichi, Ni, San und Shi. Gerne zeige ich dir das auch von der Seite. Hier ist auch wieder wichtig, wir bilden das Dreieck vor unserem Körper. Ni, San und Shi. Ichi, Ni, San und Shi. Das war Suhe Nukizke. Nun kommen wir schon zum dritten Ziehen. Darinaname Nukizke. Links 45 Grad ziehen. Ni, eins, zwei, drei und vier. Ichi, Ni, San und Shi. Ichi, Ni, San, Shi. Eins. Nun 45 Grad nach links drehen. Links heraustreten. Erster Schritt vom Iremitai. Drei. Wichtig ist hier auch sofort wieder zu sichern, das Schwert, das Katana zu sichern. Aufdrehen und wieder zurück. Ichi, Ni, San, Shi. Das war Hidari Naname Nukizke. Nun kommen wir schon zum vierten Ziehen. Stage Ishi Nukizke oder nach unten ziehen. Ja, bereit machen. Ichi. Wir drehen jetzt das Schwert, die scharfe Seite zum Boden. Und drehen seitlich heraus. Stage Ishi Nukizke benötigen wir für die verschiedenen Blöcke oder wenn wir von unten schneiden wollen. Wir zeigen hier in diesem Video die Grundlagen. Es gibt viele verschiedene Varianten dieser vier wichtigen Basis-Zieh-Techniken. Aufbauend auf diesen Grundlagen werden wir in den nächsten Videos dann weiterarbeiten und dir verschiedene Varianten zeigen. Jetzt wieder zurück zu Stage Ishi Nukizke. Das war Stage Ishi Nukizke. Das vierte wichtige Basis-Element, wie du ein japanisches Katana richtig ziehst. Wenn du mehr Infos oder in die Tiefe der Techniken der Takeda-Ryu eintauchen möchtest, geh auf die Sobudo Akademie. Ich verlinke dir die Sobudo Akademie unten in der Videobeschreibung. Und wir sind schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte gib uns einen Daumen hoch, abonniere unten unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Das kostet dich drei Sekunden und du unterstützt unsere Arbeit sehr damit. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für dein Interesse. Arigato Go Shomasta Arigato Go Shomasta